Klingen nicht nur wie Sommer, sehen auch noch bunt aus. Gizmo, lass uns kurz über dein Album-Cover reden. Das hat, glaube ich, ein Freund von dir kreiert. Was können wir da sehen? Das stimmt, das war ein Freund von mir. Und das ist ein Herr Linden, ein spanischer Künstler, der lebt aber auch in London. Und ich finde das ganz toll, wie er die Farben hier verwendet. Das ist alles so lebendig. Und da sind so viele Bilder, die in diesen kleinen Geschichten hier vorkommen. Da passiert ganz viel, das Detail hier, unglaublich. Wessen Kopf sehen wir? Deinen? Ich glaube, das ist wohl meiner. Also es geht natürlich um das Träumen von besseren Tagen. Und das sind die Sachen, die ich mir so vorstelle. Das sind auch verschiedene Darstellungen der Songs auf dem Album. Also Fieber, Fieber, was davon ihm im Kopf vorgegangen ist, als er den Song, den wir jetzt hören, kreiert hat, das wissen wir nicht genau, aber wir werden es im Cover noch rausfinden. Fieber, Fieber jetzt live bei uns im ARD-Morg-Magazin. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020